den kenn ich ja ich fand das klasse kevin bei der bundeswehr kennst du eis am stil noch von damals da war doch momo wo in die armee toilette fällt ja und da gibt es auch ein bild kevin beim klo putzen ach so scheiße spawnt verkackt was soll ich das recht finden hier also ist die map ich gehe mal ein bisschen in den bus campen ja 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 Oh oh, verstritten, oh oh. What? Bei mir nicht? Bei mir aber, ich bin bei A. Ach du bist du anders. Ah, ich bin bei C. Haha, erwischt. C, eingenommen. So, und, 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 und auch. Na? Da rumst du schon wieder um mich. Okay, ich muss echt mal in das Drogenlabor rein, tut mir leid. Ah, smoke weed every day. Dan, dan, dan. Rufvorteil freigeschaltet, wieder einmal, danke. Komm, ich sag, versteh nicht. Hä? Den hinter dir, neben dir. Oh, hä? Wo sind denn die ganzen Gegner? Nicht schon wieder, komm, sei lieber ruhig. Sehr froh. Hier war einer. Hi. Wohin des Weges. Äh, da. Wow. Wow. Immer mit Ruhe. Ach, da oben sitzt einer. Ich werfe eine Granate. Ich werfe eine Granate. Ich werfe eine Granate. Ich werfe eine Granate. Da nehme ich jetzt, sagst du wo ungefähr? Äh, bei B auf dem Dach. Ah, na, shit. Boah, da müsste ich auch mal wieder kämpfen. Scheiße. Muss ich, muss ich mal machen. Ich geh jetzt hoch. Ich höre ihn, ich muss ihn nur noch finden. Nein. 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 Ein Header. Also, nur mal so, ich bin bei B auf dem Dach. Ich bin kalt. Ich hoffe, ich bin mit euch auch schon tot. Nee. Nein. Fuck, der ist schon wieder. Alter. Der geht mir auf den Piss. Ja, ich muss die Pistole unbedingt ändern. Weil bei dem bin ich jetzt immer noch auf Schockding. Ich habe nur beim letzten, äh, beim letzten geändert. Äh, äh. 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 Bei irgendeinen halt. Jo. Aber boah, ist mein Buß eigentlich auch an? Ja. Ja. Was ist das? Ach du. Hinter dir. Habe ihn. Ah, so. Scheiße und so rum. Ja, der hat mich fast gekillt. Ach so. Ah. Okay, das ist geschafft. Jetzt müssen wir sie noch da außen halten. Senna ist. Jetzt hoffe ich mal trinken zu können. Ich höre gar nicht, ich muss auch nur die Flasche dann aufschrauben. Das nicht. Na, ich habe Dosen. Hilfe. Wir haben das Gebiet unter Kontrolle. Und schon wieder ein Rufvorteil. Zusätzliche Granate. Nein. Warum? Ich wollte die Schutzweste. Scheiße. Na, nur mal eine Granate. Mir ist auch nicht schlecht. Ne, ich wollte die Schutzweste. Die ist übelst geil. Äh, wenn du, wenn du einen Shotgun hast, ist die Schutzweste extrem geil. Ja. Äh, lol. Toll, wir sind zu dritt gegen vier. Ja. Ich weiß. Na nü. Da wurde mir aber vorher voll angezeigt. Ja, äh, wie du schon mal sagtest, und das ist leider bei vielen Spielen so. Ähm, du backst durch den, äh, durch den Container übrigens. Macht nix. Ne, ich sag's nur, weil dadurch sieht man uns auch immer. Wenn du in den Container dich duckst, äh, duckst, sieht man dich. Sofort. Sofort. Und wieder Punkte. Ist hier ein Medikit? Und sie soll der Hälter aufbekommen. Jo. Und wieder Punkte. Oh. Bäm. Gemein. I dis. Nein, ich will zu b. Ich will zu b. Ich will zu b. Ich hab ne Rechnung auf. Habe mich gerecht. Hahaha. Der hat dich beschossen. Und genau das war der Penner. Nice. Ah, nice. Moment. Was kann ich denn hier machen? Ich will euch so platt machen. Radio einschalten. Bäm, 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 bäm. Wuhu. Geil. Und auf so kleine Gimmicks stehe ich übrigens total, ne. Bei online spielen sowas wie Radio einschalten und auf einmal hörst du Mucke. Hier bis zum, bis zum anderen Ende, das, das Punkt ist geil. Hi. Wo ist denn der hin? Ich suche ihn gerade. Ich hab ihn auch gesehen. Hi. 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 Danke. Wir haben noch der Wickel schlappt. Oh, ne. C oder B. Boah, sie ist ein Stress. Ja, wir haben die nicht. Wir sind zu wenige dafür, dass die es auf drei verteilen. Obwohl die, wenn die schlau werden würden die 2 B, 2 C oder 2 B, 2 A nehmen. Ja. Weil so können wir jedes Mal von Ding zu Ding rennen. DIn, 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 dIn Ja, mein Radio ist immer noch an. Da, da. Hihi. Das Gebiet. Das Gebiet gehört uns nicht mehr. DIn, 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 dIn. Das sehe ich jetzt im ersten Mal. Eroberung, Strich, erobert. Ja. Ja. Ah ja. Nein, au. Jetzt wird... Fuck. Wow, wie viel zu schrocken. Oh man. Jo, danke. Doppelkill. Ah. Wo ist das Medikin? Wir kommen zum Werk. Wir halten dich da noch. Sie haben einen von uns erwischt. Hm. Ich mache jedenfalls ab. Ich habe den Kopf, was er nicht will. Ja, ein Medikin. Bronze Battlefunk. Au. Scheiß Sniper. Nein. Ja, der hat mich erwischt. Ich wollte gerade zum Medikin trennen. Weil ich habe nur noch 10 AP. Der liegt, ey, oben auf dem Dach. Allein und verlassen die arme Sau. Ja, das ist dumm. Kevin. Ein Gegnerstieb. Ey, der wurde ich gerade. Bam! Headshot! Headshot! Stand sogar dabei! Headshot! Ach ja, wenn ich wollte, sage ich gleich, das erste, was wir machen sollen, dass wir vor der Mission starten, Start, Option, Empfindlichkeit, komplett hochschrauben. Ja, ja. Die Sticks sind so elend langsam. Das war auch bei Overwatch so. Ich habe die bis auf 50 hochgeschraubt. 50, die Hälfte. Das ist extrem viel. Und die ist immer noch nicht optimal. Alter. Killhilfe, oh nee. Naja. Das finde ich so, ich spiele auch immer Ratswatz raus. Ja. Aber ist, glaube ich, bei jedem Shooter so. Ich glaube, ich habe das sogar bei Farquay, aber ich habe die Empfindlichkeit hochgeschraubt. Ich glaube, da auch, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ist, ah, guck mal, Platz 2, hä, hä, hä? Ah, Platz 1, meine ich, natürlich. Nein, ich wollte es nicht mehr. Ach, schön, macht Laune. Aber für die Map, ganz ehrlich, ich nehme Profi. Ja, dann ganz ehrlich, nimmst du den. Ja, ne? Ich schwöre, Digga. Ich schwöre auf Mama. Ich hasse zwar A, aber ich gehe auf A. Ich campe jetzt, ich spiele jetzt mal einen richtigen Sniper. Also, sprich, ich mache das, was man Sniper tut, mache ich wirklich. Aber ich treffe nicht wie ein Sniper. Super. Das habe ich auch gemerkt, ne? Ich habe hier, äh, bei, 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 ich habe hier bei einem Kumpel, das war vor drei Tagen. Drei oder vier Tagen habe ich Thief gespielt. Ich schleiche wie eine Eins. Aber sobald einer im Blick fällt, ist, alter, dann werde ich so hysterisch, dann muss ich den umknüppeln. Habe einen. Sauber. Hä? Lol, zwei gegen zwei. Wir zwei gegen die anderen zwei. Also, ich habe Punkt, ja, ich habe Punkt C im Auge. Äh, wenn du Punkt, äh, Punkt B hast, rennt zu C, da ist gerade keiner. Jo. Ist einer echt im Heli? Hier gibt es keinen Heli. Ach, dann ist das dieser Nachrichten-Heli-Heli-Heli-Joktor. Äh. Tatsache, zwei gegen zwei. Also, das hört mich jetzt an, kurz, wenn wir zwei nicht in Kumpel werden. Also, ich glaube, der eine ist sogar AFK. Oder keine Ahnung, wer ist sonst rumrennt, weil... Egal. Ich falle weiter da zehn im Auge. Ah, da oben ist ja, hi. Hi. Warte. Wuh. Moment, bei B ist gerade einer. Wo ist der? Bei mir, bei mir, bei mir, ich bin tot. Der ist der MPSK. Sehr nice. Der war in der Ecke hinten rechts, wa? Das sagt, das ist echt der einzige, der hat der Marcola 8004 ist irgendwie weg. Sehr nice. Hä? Hier läuft doch nur einer. Ja. Und ich bin's nicht, ich war die ganze Zeit still. Ich geh jetzt in die Ecke, wo er war. Jo. Wenn der zu B oder C rennt, seh ich das. Klirr. Wer hat eine Granate? Hä? Wurrst du eine Granate? Nee. Ja. Ich hab eine geworfen, ja. Okay. Ach, boah, ja, lol. Der traut sich ja was. Ich bleib bei B und C, wa? Oh, Marcola ist da. Ja, aber du hast ne hier. Ja. Marcola, gib mal ne Abgegur, oder? Nein. Nein. Der war zu weit weg. Shit. Nein. Also ist der andere doch auch da? Jetzt ja, ja. Kannst bei mir spawnen? Jo, jo. Beeil dich bitte. Da kommt einer. Da machst du jetzt die Kills. Ich überwach einfach Punkt B und C. Ich seh das hier. Jo. Ist zwar langweilig. Äh, bei, 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 C. Ja, ich hole aber gerade das A. Knall sie halt ab. Was noch ist ein Alper? Ja, ich muss ja erstmal sehen. Warte. Hedgehogs. Hahaha. Du Moop. Bleib niemals an einem Baum stehen. Der Stande. Also das war jetzt nicht gekniet oder sonst irgendwas. Der Stand an einem Baum. Decker nicht machen. Oh nein. Runden Neustart. Mua. Das ist eigentlich unfair, oder? Das ist eine Unterstützung erforderlich. Einsatzgebiet. Jo. Bin mal gespannt, was das auch macht. Das ist der exklusivsten Anwesende. Aber eigentlich ist das unfair. Die hätten jetzt, äh, die hätten uns jetzt nicht die volle Punktzeit geben müssen. Aber die hätten sagen können, hier, ne? Du, äh, äh, ihr zwei kriegt hier so und so viele Punkte. Da eine ist raus. Das ist nur zwei gegen einen. Ja, ich sehe schon. Gehen wir auch raus? Ja, ne? Ich sehe schon. Ja, ja, klar, komm. Weil das ist echt dumm. Aber das, was der gemacht hat, der Stand an Punkt C, erstande. Das ist doch ein Fehler. Hätte er sich hingelegt, hätte ich den an dem Baum nicht gesehen. Der hat mich auch bei, bei Dragon Quest Zeros. Der hat mich hier momentan, wenn ich bei 29,5 Stunden, hatte mich fast davon 20 Stunden begleitet. Ich saß nur die ganze Zeit neben mir. Okay. Äh, musst mich aber einladen, ne? Jo. Ein kleiner Moment. Ich habe nur einen so einen dämlichen Battlepack, mich auf die Meldung da einmal. So. Achso. Kann ich verstehen. Ja, komm, leg dich hin. So. So. Ach, ach. Jetzt bin ich wieder hier, das, das göttliche Hellchen. Ich streiche den Arsch. Ja. Ja. Ups. Boah. Ihh. Der riecht nicht gut. Oh, mein Guter. So. Kommt man da auch noch rein? Ah, perfekt. Alter. Ich hab den Gäste, ich hab den Gäste, ich hab den Gäste, ich hab den Gäste gestern leider Abend, also gestern Abend voll eine gescheuert und zwar, ich war schon fast eingeschlafen und da kam, da ist so eine Fliege am Ohr vorbeigeflogen. Und ich war im Halbstaff, ich hab den Gäste, ich hab den so eine gescheuert, ne, meine Hand hat weh getan, der ist neben mir liegen geblieben, guckt mich an, ich streichelne, schnurrt und steckt ein. Loll, okay. Aber wie ich sag, meine Hand hat mir getan von der Backpfeife. Oh, wir haben gar nichts. Immer gut. Ja, wir holen jetzt A, B, D, machen wir aber noch D und E und F draußen in einem Bandland. Ja, genau. Wir holen gleich mehr als wir brauchen. Ich geh wieder im Bus, Kempten. Das kann ich gut. Ja, ich bin immer hier am Hinterreifen von dem Truck da. 10,4, 60, Zentrale, wir umstellen das Gewicht. Sehr schön. Ah, hat aber gezählt, ich hab den noch gleich in Kurzausstand wie vorher, vor dem Reset. Sehr schön. Aber da hab ich halt gestern echt nen Check bekommen, weißt du, ich hab dem voll eine gefeuert, aber voll. Ja, gut, das ist passiert. Ich hau den ja eigentlich nur, wenn er mal irgendwie in die Ecke pisst. Nein, ah, aber da kriegst du auch nur einer auf den Arsch und das gefällt ihm eher, weil der so fett ist. Nein. Aber der ist eiskalt gegengeblieben und so nach dem Motto, Alter, hast du gerade auch so scheiße geträumt? Ach, war schon schön. Ach, und ich bin demnächst, hab ich in der Woche hier komplett sturmfrei, ne? Okay. Meine Ziege muss, muss ins Ganghaus, jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr wegen was, äh, nicht zunähen, aber irgendwas anderes. Drenage oder wie das heißt, legen oder irgend sowas. Drenage, ja. Wegen Riesengeschwamm, ja, irgend sowas. Ja. Und die wollen die dann, äh, in der Woche im Gang ausbreiten, weißt du, jetzt sag ich mir noch, juhu, aber sobald ich ein, zwei Tage hier alleine da am Bett liege, denke ich mir dann auch, äh. Ja. Also da muss man den Schlafrhythmus unbedingt, denn damit nur wenigstens zocken können. Ja, liegt dann dir, ne? Bei mir ist auch immer gleich. Aufkart, also Aufkart, Big Game Changer ist der. Alla, die, die sterben oder so. Es gibt zwar Ausnahmen, äh, aber dann, ne, dann sollen wir ganz hoffs gehen. Jupp. Kill. Gegen meine MP7 habt ihr keine Chance. Ich bin Killer. Wieso sterben hier denn so viele? Hier ist doch gar keiner. Ach so. Jawoll. B hab ich schon zur Hälfte. Alter, diese komische MW-Bobbel-Swacker, wie auch immer, der leckt ja durch die Gegend, ist ja nicht mehr normal. Das hatte ich vorhin auch. Alter. Das ist schlimm. Aber wenigstens nicht wie bei Destiny diese Leck-Switcher da. Oder, 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 keine Ahnung, wie das die ist. Aber ich hoffe, das war Leck-Switcher, ne? Ja. Scheiße, ich flüssig, der ist um. Ja, genau. Wie wenn du mir so einen Hälter verpasst. Bei weitem net. Könntest du mir ungefähr sagen, wo? Direkt bei A, der Mr. Bobbel-Swagger. Ach, Mr. A, ich hab grad C wieder eingenommen. Alter. Scheiße, 6 AP. Ah, kill, fähig mein. Ah. Direkt rechts neben dir war ein Gegner. Fuck. Na, scheiße. Ich hab auf den mit dem Schild gezielt. Ähm, glaub ich mit dir spawnen. Jo. Haben einen getroffen. Oh, fuck dich, Magnum-Gold-Service-Star. Bam. Reuter, Munition. 2.000 Free Points. Danke. Haben etwas Munition für dich. Und Enforcer Silver-Service-Star. Jawohl. Noch ein paar mehr, dann hab ich auch mal den nicht Gold. Also, ich hab... Hä? Ein von... Da waren drei Leute, einen hab ich gekillt. Aber so schnell konnte ich gar nicht erzählen. Da kamen die auf einmal alle drei durch den Container gerannt. Einer hab ich gekillt und dann war ich... Staunen. Hehehe. Nein! Och, jetzt hab ich wieder die Klasse geswitcht. Ja, genau. Hä? Willst du mich verarschen? Ich hab vor dem geschossen. Wie kann der denn mit überleben? Hier kommt jemand jetzt raus. Hä? Diese komische Poppelswäcker regt mich auf. So, darf ich jetzt wieder meinen Enforcer? Ja. Jetzt lang. Hey, der kippt mich mit der Pistole 92 FS. Ich mein, ich verstehe das. Die hat einen gewaltigen Wumpf. Aber... Ich hab bei dem bestimmt schon ein halbes Magazin von meiner MP7 draufgehalten. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt steht der da oben und trifft mich. Höh? Was ist denn das? Und schon wieder, jetzt ballt Igel. Ja. Da bin ich gerade auf dem Weg dazu. Die schadet die automatisch frei jetzt. Beim Spielen dann. Vom Enforcer. Ich fiel ihn jetzt, zum Leid. Also jetzt, jetzt hab ich mein Ziel. Ich weiß, wo der ist. Jetzt muss ich ihm nur noch hinkommen. Oh, ich hol grad so den mal an. Leid, die Punkt B ist mir egal. Kann mir hier... Hä? Wo ist die fucking Leiter? MX4! Der hat mich nur einmal in den Kopf getroffen. Nee, in die Brust! In die Brust! Was bist du für ein Päller? Also gut geschossen, ne? Leider weitere Unterstützung im Einsatzgebiet benötigt. Rund genannt. Gebiet ist sicher. Die Hatter ist in der Weg! Hö. Sind voraus. Lage ist stabil. Hey, aber wie man ein Medi-Typ von unserem Team mir nicht mal Medi-Fact zuschmeißen kann. Ja, um auch. Nein! Schatze. Der Lumpi Space-Dad. Nee, bei mir. Schilletron. Ich konnte den Namen jetzt nicht ganz sehen, aber ich glaub, das war Schilletron. Aber trotzdem nicht. Also, ich weiß, ich hab ein letztes Mal geschrieben, wir sollten, äh, ähm, das eine Spieler machen, keine Ahnung, aber jetzt will ich dafür, äh, wenn's läuft, aber nur wenn's läuft, sollten wir als nächstes, äh, Star Wars machen. Ich hab Bock auf Shooter. Oder Battleboard? Das ist mir egal. Oh, konsumieren wir auch relativ. Bitte weiter, rein zu halten, anfangs. Ja, mir auch. Aber, da würde ich fast eher sogar sagen, Battleboard, aber nicht gegen den Lust, sondern, weil, irgendwie hab ich langsam Angst, dass das nicht mehr so viele spielen werden, wenn wir das so weiter machen. Naja, das kann auch gut sein, ja. Ja, dann machen wir das. Ja, genau. Das stimmt, da könntest du recht haben. Oh, 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 oh. Aber, ich muss dir mal eins sagen, ist, es wurde so, es wurde ja niedergemacht und alles drum und dran. Ich glaub, das sind die Leute, wo nach ein, zwei Mal, nachdem sie die Runden verloren haben, aufgegeben haben, weil das Spiel, ich sag mal so, es ist kompliziert. Also, das ist jetzt wirklich wie Leute, du musst eigentlich erst mal die Bots killen, damit du hier halt Level Up hast und plappappla. ja, aber, das Spiel hat eine höhere Bewertung verdient, das Spiel ist eindeutig cool. Ja. Und wenn ich das zu einem MOVA schlage, und das ist ein MOVA-Shooter. Drei Kills. Und der nächste Ränder wäre vorbei. Was spawnt der genau neben mir? Ich wollte gerade einen Beruf-Vorteil auswählen. Och, Mensch. Ich hab gerade drei oder vier Kills gemacht. Okay, jetzt bin ich tot, aber egal. Jetzt, wo ich wieder bei der Spawnen wollte. Das war eine gute Runde. Jetzt nicht nur fünf oder sechs Kills machen können. Wollte ich ja, aber der Typ hat was dagegen. Ich glaub, den mag man Barriers nicht. Hi. Ah, ich hab bei einer Umfrage übrigens teilgenommen, bei Facebook. Welches ist euer Lieblings-WOW-Klasse? Also, ich hab noch nie WOW gespielt, außer halt mal ein bisschen. Aber meine Antwort war sofort Zwerge. Wir haben ja ganz viel geschrieben, wie kannst du nur. Ich bin Herr der Ringe-Fan, zum Beispiel, und ich liebe Gimli. Ich bin Zwergen-Fan. Ich mag dieses kleine Zwergen-Krieger. An Allianz, ja. Und außerdem... Moment, Moment. Ja, wenn's danach geht, was meine Lieblings-Klasse ist, ja, bin ich's. Aber ich hab's nie genommen deswegen. Weil ich bin die Horde. Richtig. So muss auch sein. Aber es ging ja nur darum, was ist die Lieblings-Klasse. Und ja, das ist bei mir jetzt Zwerge. Lieblings-Klasse. Und das sind halt nur mal bei mir die Zwerge. Herr der Ringe, Zwerge. Was hat dich denn da dann eher genommen? Boah, ist die gute Frage. Schwierig. Also die haben da alle aufgezählt. Ich glaub, das waren... Entweder waren's 15 oder 12. Aber die haben da, ich glaub, alle aufgezählt. Aber für mich war, wenn's jetzt nur nach den Müllen geht, Zwerge. Aber mir dann eigentlich Elfen, wenn du so nimmst. Siehst du, dann werden wir schon wieder ins Kreuzfeuer geraten, weil... Zwerge und Elfen vertragen sich eigentlich nicht. Richtig. Verrat bloß den Elfen nicht, dass du ein Zwerg geworfen hast. Aber ich glaub, der ist mit den Zwergen, ist von mir alt, weil ich selber nur 1,68 Meter groß bin. Und weil die in Barth haben. Alter, ich stehe auf Ferse. Komische Schritte. Nein. Nein! Der hat uns weiter gemacht, was ist denn das so ein geiler Typ? Nein, ein anderer. Mit der Uzi. Sondern zwei verschiedene. Bei mir DR. DR. Ja, bei mir er Lampis bestätigt. Okay, sorry. Noob. Hättest du uns jetzt weiter gemacht, alles klar, aber so, nö. Ich geh wieder zu C, das ist einfach mein Punkt. Ich liebe die... Bei der Map ist irgendwie C der geilste Punkt zum Einnehmen. Oh, ich muss Sniper nehmen, weil es nächstes ist scheiße. Nein! Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen, ich bin runtergefallen. Wieso schießt er nicht mehr? Nein! Ich drück auch zwei Wien. Ich bin auch noch mehr. Oh! Haha! Was heißt die HH? Was heißt die HH? Und jetzt? Und jetzt wäre vorsichtig, ob jetzt schmilzt du mit einem Profi ab. Keine Munition mehr! Ja! Na dann! Na dann! Haha! Ja, na? Da kannst du nur besser werden! Auf! Profi down! Profi down! Haha! Haha! Oh mein Gott! Ich habe schon mal gesagt, Holger, Kumpel oder sonst was reicht! Wenn du mich gut nennst, ich fühle mich geehrt! Ist okay! Das Gebiet ist sauber! Kinder gut sind die Küche! Ah! Hähnchen! Ein Knoll! Oh! Hilf mir mal, Juna mit dem Druck! Siehe einer! Hol! Ah! Ah! So geht doch! Da ist einer! Drüben am Polen! Oh! Headshot! Headshot! BITCH! Fuck! Da kommt gleich drei runter! Ja, ja, sollen sie kommen! Ich habe einen Headshot gemacht! Hehehehe! 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 Na toll! Nein! Ah, egal! Ey, aber der Headshot, der war extrem geil! Du kennst du hier diese Profi-Videos aus COD, wo die einfach nur einmal kurz L2 antippen, damit die das Visier aufmachen und gleich schießen! Ja! Ich hoffe, ich habe das gerade selber gemacht, aber nur weil ich vom Trigger abgerutscht bin! Bam! Headshot! Hehehehe! Hehehehe! Also, Brokill! Huch, was ist hier los? Party! Oh! Ist einer von uns! Tot! Hupsalala! Hä? Jetzt! Jetzt mache ich ernst! Jetzt! Jetzt mache ich ernst Leute! Jetzt! Jetzt spiele ich Operator! Ja! Operator! Hahaha! Gerne! Operator im Einsatzgebiet! Hehehehe! Oh! Ich gehe kämpfen! Nein! Hehehehe! Hehehehe! 15 live! Oh! Hehehehe! 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 tot aber ich habe fast ernst also gleich mal faktor ist noch einer der stelle auf dem dach wie kurz ich bin jetzt die scheude wurde gekillt jetzt hat er schossen wir verlieren hier kann ich hier irgendwo ein auto snacken ich will ein auto und ja leute das war kein scherz ich hab das sieht und er hat es bekommen boah hilfe alter das problem ist, wenn ihr mir vorbei ist, dann muss ich mal ein paar sekunden ausnutzen, ich muss pinkeln ich spiele immer schlechter, wenn ich pinkeln muss und ja, schlechter spielen geht ich hole jetzt C jetzt nehme ich C ich hab jetzt, jetzt bin ich sauer Feuersprall umstritten NEIN da kam eine granate der typ hat die granate perfekt geworfen, genau in die ecke in dem häusel oder was in dem häusel hat er die granate geworfen und im gebüsch davor liegt er wird so ja ow aha ok ich nutze jetzt aber kurz die gelegenheit, tun mir leid ich muss mal kurz pinkeln Jo, machst du das? Ich setz mein Herz und mein Kater auf. Ja. Ah. Jetzt sind wir erledigt. Ah. Na, das wird nicht los. Jo. Na komm schon. Zieh durch. Fuck. Also mein Kater hat's mitgemacht, bis ich aufgestanden bin. Okay. Nein. Killhilfe. Ja, ich hab den mal gekillt, ne? Ja. Oh, fuck. Dragonlord 96. Bam. Oh. Ist das schon ne Grundschule 96, Anna? Äh, warte. 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 Nein! Ich glaube, ich falle den Berg jetzt runter. Ich kann mich nicht mehr... Warte. 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 Was? Ah, keine Hilfe. Wie? Die sind neutralisiert! Ha, ich habe einen. Da liefst du nicht jetzt. Munitionsdachschuh! Ich habe Munition! Wir haben das Gebiet unter Kontrolle! Was? Da siehst? Ah ok, mit dem Bronzharz, ja ok, nur sag ich mal nix. Wo liegst du, wo liegst du, wo liegst du? Bei B? Direkt. Ja, ich bin bei B. Wohl nicht. Ja doch! Da ist es bestehen. Nein! Ja, ich habe mal wieder ein Kill gemacht. Jawoll! M16A3, hu! Aber der gar nicht verstanden hat. Bei mir auch! So, die erst mal Punkte gegeben. Wow, fuuuu! Geh da nicht hoch. Mich hat wieder diese Bald Eagle kalt gemacht. Kriegst du wieder Info aus der Klasse, Maximum. Also 750.000 Punkte. So. Einer von uns am Boden! Die macht schon gut Aua. Ich glaube mit dem Header bist du auch One-Shot. Ja. Das ist doch nicht zu, dass sie euch so platt machen. Das ist doch nicht zu, dass sie euch so platt machen. Oh, jawoll. Einer hat mir nicht! Ja, du Penner! Wirst du dich verarschen? Warst du mitz? Kaum ja. Nein. Gute Idee. Na, hast du denn überhaupt eins? Oder hast du nicht nur Energy? W-was habe ich? Ich habe gerade gesagt, ich brauche mir, du. Gute Idee. Hast du nicht mehr Energy? Äh, Energy und Spielzieher. Ja. Warum hast du noch mal einen Schliff in die Idee? Du bist so arme, du hast keins? Nö, du hast geholt. Ja, halt. Ähm, ja. Wenn ich down gehe, darfst du denn auch ruhig killen. Ich habe dich geheilt und dann gingst du down. Ja. Oh, Mann. Wir haben einen getroffen. Boah. Na, Mann. Ich will nicht wissen, wie einfach eigentlich diese Maps sind, wenn du die ganzen Punkte weißt, wo du stehen musst, um einen Punkt hier im Auge zu haben. Gibt sich, erinnert sich von Situation zu Situation, weil es gibt ja keinen Standard. Das, das kannst du höchst machen, wenn die, was ich da hier, die Mehrzahl im Chat drin hast, zum Labern. Dann ist es einfach. Also gegenüber jetzt denjenigen, die nicht im Chat sind. Und da hat mich noch mehr der Granate 5 Meter von mir weg, aber ich konnte halt nicht wegrennen. Weil ich konnte nur gerade aus Ey, was soll denn das? Ich war gerade am Zielpunkt einnehmen Alter, ja genau Ich spawne genau bei zwei Leuten in der Schusslinie Super Was ist denn das? Jetzt habe ich auf einmal Kanaten abbekommen Die machen mir Wasserplasen ins Gesicht Ich glaube das war jetzt ein Bug Weil ich im Pool gesprungen bin Das könnte sein Alter Ey, immer das gibt's doch nicht Kann man ehrlich mal diesen Penner da auf der Treppe killen 0 zu 7 hat der Typ schon Der ist immer der gleiche gerade der mich killt Ja, ähm Ich reiß mich hier zusammen Und bin wieder in mein Häuschen Granate ist unterwegs Scheiße, jetzt habe ich daneben geschossen Granate tot Finde ich aber übrigens hier sehr nice Dass du hier durch Spinnergranaten Ähm, sehr effizient getötet werden kann Äh, getötet werden kannst Bei Call of Duty war es ja so Wenn du keine Stamtex am Arsch hast Konntest du die entweder Ist nicht mehr zurückwerfen Oder du rennst weg Ja Das stimmt Warte, es gibt eine Heilung Bleib stehen Hier Scheiße Na Okay Sorry Ey, aber der mit seiner Ball-Diegel Geht mir schon ganz schön auf den Sack Ja Der hat Inforcer Maximum Ja gut, das ist halt einer mit Ahnung Alter Nein Ja komm, verloren Ja Easy 5,21 Alter, bei mir steht gerade noch Verluste 22 Jetzt hat er gerade umgeswitcht auf 23 Was soll denn das? Ja Boah, das ist mies Also hat er praktisch die letzte Millisekunde noch dazugezählt Ja Alter Boah Alter Ich bin so schlecht gerade Na gut, besser schlecht als Äh, besser schlecht gerade als schief Aber, ja Das stimmt, ich kenne schon Da hätten die aber auch die Die Rechte bekommen können für N24 Ist schon fast dasselbe Diese Nachrichten, weißt du, immer bevor Bevor das Match losgeht Hier ist Sky524 Ja N24 Ja So, jetzt habe ich auch mal die Bautegel drin Bin ja nicht so Ähm Ach du hast die, ach du hast die schon so angebracht Boah Ich mache mal noch ein Boost an und zwar ein, ich bin jetzt ein Enforcer Wir machen jetzt mal ein Ziel Boost 200% alles klar 200% ging immer gut Scheiße, ich bin so dämlich Ich bin so dämlich Ich habe meine Ziege schuld Wieso ist die Schuld? Ich habe mich abgelenkt Achso Schmeiß eine Granate Ich habe mich abgelenkt 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 In den Brust Ja, das habe ich Das habe ich dir vorhin auch gefragt Wie der mich mit dieser MP noch was killen konnte Geht ja nicht Mit RTK auch nicht Naja, alles halb geht's Ich weiß nicht, ob ich das schon mal nach irgendwelchen tausend Folgen erwähnt habe, aber ich kann dir noch ein Film empfehlen Und zwar Fitzy Äh Äh Ah, wir ähzen nur noch im Englisch 96 Hours Dann gibt es noch 96 Hours Taken 2 Genau Und dann gibt es noch einen dritten Kann ich nur empfehlen Headshot Ach, Arsch Verdächtiger ist festgenagelt Genau Der zweite Teil der Taken 2 Und der dritte Ne Nicht der Taken 3 Aber so ähnlich Ja Der schiegt den zweiten Ich bin tot Genau Mich hat der Null getroffen Hä? Äh Ja, ist klar, Digga Ist klar Ja, sag ich doch Boah, warum kann ich hier in den Spiel kein Sample einfügen, weil dann würde ich nach jedem Kill 2,1 Risiko machen Nein Von dem Brandsatz Scheiße, wir haben einen Verlust genagelt Ich nehme eine Karte nach Ah Ah Hinter dir habe ich gerade erzählt Ja, klar Zwei Leute rum Hab ich nicht gesehen Ahem Ahem Oh, dieses 24 Piepen, mir geht so auf den Sack Hm Hm Was ich gerade vorgewiesen habe Was ich gerade vorgewiesen habe Ich habe noch Knockout Ne Nö Ähm Dings hier Ähm Shotgun Aber dann nicht aus 2 oder Mittag Ne Wie gesagt, die Das Ding war auf jeden Fall Knockout Ey, das gibt es gar nicht Ich bin die Einzelpersonen Das Ding ist drin Und schon wieder tot Och ja Oh α Wir brauchen Versauk Wir brauchen Versauk Heute wir sind gestart Kümmert euch mal um den Officer Wir haben wir nicht Munition Oh, der will nämlich der von uns zum Team wieder Ich werfe den an Mediklin zu Und er will ihm wie eine andere looks정 Kick denn kurz ich bin da gespawnt wo du liegst und da hat mich gemacht deine stimme hat granate kommt wenn ich jetzt sterbe tut mir leid aber das muss sein das thema hat man schon mal es gibt auch noch 123 ich rufe die polizei der opfer der kann so nach perl tauchen wenn sie das sehen können tauchen sie mal nach jetzt guck mal ich ziehe mich auch schon blöd an komisch warum wohl ich habe auch schon mal hier so ein ding gemacht da habe ich sogar das war in der schule aber trotzdem habe ich gewonnen hier das traumschiff surprise habe ich nachgemacht das ist ja hier hei 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 und so ne und da konnte ich das sieht perfekt ich glaube das ging mal mal vielleicht die stimme noch hin steif doch hi 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 space taxi to the sky feuer salamander und ich krieg die schwule stimme die habe ich so perfekt hingekriegt eben ich habe alle blut angeguckt das glaube ich sofort ich habe gesagt ja habt ihr habt ihr gerecht so ein anderer aber ja okay ja pass auf jetzt bin ich spannend ob ich das noch hinkriege ich habt ihr noch einen letzten wunsch ja das sieht dass das super perforator werden jetzt muss ich erst wieder mein schwul gedanken kriegen der wette aber ja sowas habe ich auch kommt übrigens sehr gut auf partysituation wenn totenstille ist und ich habe mir sowas macht das kommt immer gut an natürlich hilfe genau hier geht es ab hier ist ein scharfschütze sagt er einer ich kann sagen hallo hk 51 ich werde sie nur noch gekillt durch die hk 51 ja das war ich schon die ganze zeit nein ich versuche hier irgendwie taktisch vorzurennen aber irgendwie steht immer da an dem punkt einer kielhilfe ich bin tot da waren drei leute und ich kam nicht mehr hoch naja ich wollte mal meinen das haben wir gewonnen ich wurde nur gerade 4 17 ich wurde jetzt in den letzten fünf minuten zimmer ja ich bin mit dir gespawnt du lachst auf dem buch hier raus ich kann verstehen warum okay fix eine raum gleich so und so ja du bist gespawnt ja ja ich bin immerhin mit dir gespawnt aber während du lag stand ich stande habe geguckt das ist super muss ich ihn aber ich muss den abahachi machen ich glaube dass das hilft leute weil da macht er das aber hat sich wo ich kann nicht die ganze zeit die schwule ich kann nicht die ganze zeit die gute socke machen ich konnte auch mal den 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 griechen nur leider kann ich den jetzt nicht mehr jetzt klinge ich einfach nur wie die behinderte den schwung kriege ich will nichts noch hin ha ha hey oh man wo waren jetzt diese dämliche syndikat da nee nee das profi auftrag nee das war's nicht ach da ich frage mich da echt hier 10 originale enforcer spezifische schusswaffen und oder gadgets ohne erweiterung kaufen also ich habe und oder warte mal wenn da und oder steht mach mal er kauft immer die ganzen gadgets und schon mal immer die restlichen schutz ganz habe ich auch immer noch ein paar schätze warte das gibt noch hier schaut ganz wo du kaufen kannst du hast es gesperrt eine davon ist doppelschotflinte die du ja kriegst was denn das für eine scheiße mhm da muss ich gleich nochmal nachgucken ich hab mal irgendwo bei reddit oder sowas hier eine liste gesehen welche hier äh waffen dann zum enforcer gehören ich habe nur 26.000 kohle wo ich gar nicht ausgucken ja ich habe auch nur noch 100.000 in der wien geschäft im pc show also eine andere schon mal raus und ich bin zwar kurz ne mach grad bis durch kommt bis gleich die anderen wohnplätze klaren ist raus boah bis jetzt nicht so jetzt nein aber ich habe schon zwei raus geschickt ah jetzt 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 kommen sie beide gleichzeit jo gut dann bis gleich bis gleich guten zock danke gleichfalls bis Todos bisщее bis终 книж bis punches bis 어떻게 bis 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 bis